Hoi zusammen, meine Damen und Herren, jetzt komme ich zurück auf dem Kanal. Ich frage euch sicher, wieso das sich zwei Stunden nach dem Abpfiff aufnimmt. Das ist gerade das Viertelbill vom Abpfiff, also Dienstag. Ich habe einfach vergessen, nach der Berufsschule, da ich in Hohenstress ging und habe einfach vergessen, das Intro aufzunehmen. Aber darum mache ich jetzt schon das Intro. Jetzt sind wir auf Bern zum ersten Champions League Spieltag gegangen. Ich bin gegen 1. Villa. Gestern habe ich eine wahre geile Stimmung gemacht, habe ich auch nicht anders erwartet. Ich habe auch gute Stimmung gemacht, muss man sagen. Ich glaube, die Schäbenzig-Hymnen haben es ein bisschen verändert. Aber schreibt sie in die Kommentare, ob ich da rechne oder ob ich mich da irgendwie verteile oder wie auch immer. Aber schäme ich. Jedes Mal finde ich die Schäbenzig-Hymnen natürlich auch gänzen und überschreue, ehrlich wie sie ist. Also, ja. Ich wünsche euch ganz viel Spass mit dem Vlog. Ich hoffe, ihr gefällt. Und wenn euch der Vlog, der erste Champions League Vlog in diesem Kanal gefallen hat, natürlich. Sobald ihr liked und kommentiert und teilt das Video. Dann wünsche ich euch ganz viel Spass mit dem Vlog. Ich wünsche euch heute von morgen. Ich wünsche euch heute von morgen. 5-8! Nummer 3 Charles. Nummer 4 Gói. Nummer 7 Philipp. Selvi den Eingel. Nummer 5! 5-9! 5-9! 3-9! 5-9! 5-9! 6-9... Applaus 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 Bei Standort Aber fast taich nun Oujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja Kenna Bambu fall porbire Abwech stage Gibbe stage WDR mediagroup GmbH im Auftrag von Funk Halt! 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 Ja, jetzt steht es hier ein. Halt! Ich denke, ich denke, ich habe eine gute Idee. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen zufrieden. Oh, ich bin ein bisschen zufrieden. Ich bin ein bisschen zufrieden. Oh, ich bin ein bisschen zufrieden. 2.5 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Das ist doch immer, in ganz 3-4-3-3. Er ist ein Barsch, ein Barsch, ein Barsch, ein Barsch! Ein Barsch, ein Barsch! Ein Barsch, ein Barsch! Ein Barsch, ein Barsch! Ein Barsch! Ein Barsch! Ein Barsch! Ein Barsch! Ein Barsch! Schleinl zählt! Schleinl zählt! Ein Barsch! 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 Mein Leks, der Mann. ganz schön aber hier sieht was riesig keeper fast nicht ganz knapp Was ist das? Das ist so. Oh, jetzt werden wir die Reflanzer. Das ist ein kleines Geck, das ist ein kleines Geck. Das war's für heute. Ja, es ist ein Schnellstück mit dem Bandelabang. Verzuhren, 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 Verzuhren. Oh, ich denke, ich habe hier zu bewegen. Die will ich jetzt schon wieder wegfallen. Das ist ja wieder schön, die Welt kommen. 3-0 letzten Villa. Die Sache ist durch. Jetzt kann er nur gar provozieren. Das macht das ist echt Respektlos. Jetzt kann er nur gar provozieren. Und das ist wirklich Respektlos, dass man jetzt noch vor der Kurde gar provozieren kann. Einfach nur Respektlos. Am Anfang ist das eine ... Jetzt kommen sie zu einem 0-10 oder nicht, aber nur noch nicht. Ja, sie ist ein ganzes Spiel. 3-0, dann schiezt die zweite Karne in der ersten Villa. Zήteres Karne. Es ist kein Penalty, also für mich ist es ein Penalty. Ich weiß es nicht, aber es ist wirklich gut nach der raponischen Linie. Das ist ein Penalty. Und zwar in Deutschland sind wir полностью Ich gebe noch mal eine Lachen Dich Geltest du jetzt Ganz Ganz In St Increwes Morocco Das ist in Afrika Und es ist Ich bin Sie iin Ja Ich bin 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 3-0 3-0 Ja, aber wenn er ihn halt nicht so fällig auslässt, selber zuhlt 3-0 Ja, das war Friede Die ist jetzt extra noch provoziert 4-0 Ohhh, ich muss ihn auch Aber in der Schule habe ich sowieso nicht recht. Die ist aufzeit Das war's für heute. Spiele ich ab, ich verhübe für die 1. Champions-Nichtspiele, 3-0, das ist der 1. Villa. Spiele ich ab, ich verhübe für die 1. Champions-Nichtspiele, 3-0, das ist der 1. Villa. Sie haben eine mutative, extrem stark gespielt, wenn sie ihre Chancen genutzt hätten, dann wären sie sicher mit 1.0 im Führung gekommen. Dann 27. Minute, Eckball von 1. Villa. 1. Villa ist schon ein bisschen stärker geworden. Der Eckball, und auch Judith Hillemanns schießt nur 7 Meter zu Eisen um. Von mir aus kann man den Schuss vielleicht noch ablocken, aber du willst aus einem nütigen 1. Villa zum 1. 0. Das ist natürlich bitter, ja, also effizient ist halt wirklich crazy, Mann. Dann ist ihr irgendwie Ibe ins Laufen gefallen. Ich glaubte, ich war im Bruch das Eisen und weil von mir hatte ich das Eisen, und so ein Niko hat sich nicht verdient, sie fressen will. Ibe hat mehr Verspiel gemacht, die ersten 20 Minuten, aber dann hat es sich gehört, darum ist es mir noch ein bisschen besser geworden zur Pause. Dann macht es 1. Villa, glaub ich, die 38 Minuten Zeit, und so ein Fehler dürfte es sich nicht passieren. Die Kamera macht einen kurzen Rückpass auf den Vollballmus, dann kommt der Ramsey dazwischen, oder der Watkins kommt dazwischen. Nachher, ähm, irgendwie ist ein Chaos da im Straffrauch passiert, nachher macht der Ramsey es 2. 0. Ja, rein, bevorsteh rein. Dann macht Watkins noch das 3. 0, aber das war ein Handspiel von ihm gewesen. Glück gehabt. 2. Halbzeit ist er nicht mehr besser geworden. 3. 0. Aber dann macht er, glaub ich, der Uran oder wie das ja, 13-0, aber es war wieder von einem Handspiel, der macht Onana, glaub ich, heisst er, wo sie 3-0 schiesst. Also, wenn man die Chancen an das 7. 0, hat ich ja schon Glück gehabt, weil wenn, wenn wir jetzt in den 2, also 2-Gold sind nicht so geworden, 3 Goals, dann würde ich sagen, das wäre das genau so. Wenn Elsen Wille ihre Chance genutzt hätte, dann wäre das mindestens 5-0 Ausgang, oder mehr sogar. Ich hätte schon Glück gehabt, dass sie nicht fette Klatschen passiert sind. Also 3-0 ist schon eine fette Klatsche, von mir das gesagt. Also, das ist crazy, man. Das nächste Auswärtsspiel ist dann, glaube ich, auswärts in Barcelona. Es wäre natürlich geil gewesen, wenn IBS Heimspiel gegen Barcelona bestreitet hätte. Was leider nicht der Fall gewesen ist, aber wir werden sehen. Das nächste Heimspiel ist, glaube ich, gegen Inter, wenn ich mich enttäusche, oder gegen Alain von Bergamo, und dann auch gegen Rotterdam, Belgrat und so weiter. Bayern München hat 9-2 gegen Dynamo Zagreb gewonnen. Ja, dazu muss ich nichts sagen. Denn Real Madrid hat 3-2 gegen Stuttgart gewonnen. Juventus hat 3-1 gegen PSV Eindhoven gewonnen. Und Sporting Lissabon hat, glaube ich, 2-0 gelegen, wenn es mich nicht täuscht. Ich blende jetzt einfach mal die Tabelle ein. Also Bayern ist auf dem ersten Platz, glaube ich. Ich habe die Tabellen selbst schon nicht angeschaut, aber ich blende einfach mal die Tabelle ein. Also die ist lange. Ich weiß nicht, ob ich euch die ganze Tabelle zeigen kann. Aber ja, das wäre das Video gewesen. Äh, ich denke, in der Freitag, Chelsea, vielleicht. Aber schon nicht 100% sicher. Aber was schon zu 100% sicher ist, Samstag auf Basel. Da freue ich mich schon extrem darauf, gegen Shakiri Gags und so weiter. Crazy man. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Tönt ein Abo da, kommentiert, like, teilt das Video. Dann sehen wir uns am Wochenende wieder. Und ich wünsche euch einen schönen Mittwochmorgen, Mittwochnachmittag. So, ciao.